1 los hallo hier ist der Knoten und die Schnur ach man alter nein ich sterb bumm da ist der Knoten der Rot ja hallo meine liebe Freunde ich bin's heu 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 Hilfe oh ja wie geht noch ja hallo meine Freunde ich bin's der Knoten und sie schafft es von hier aus ins Wasser und und bei mir ist natürlich der gute Wurstsalat alias die Schnur die Schnur hallo oh mein Gott heute ganz pur ja wie ihr es schon mitbekommen habt wird ist der Knoten jetzt auf ein weiteres Teammitglied ähm wie soll ich sagen Eisen ja genau er ist auf ein weiteres Teammitglied geeisen ähm was war das oh jo das war ein Creeper oh warte ich komme auch zu dir so ja und wir werden jetzt ein bisschen Minecraft zocken und ja natürlich werden auch im Laufe der Zeit nein im Laufe der Zeit weitere Projekte kommen und natürlich also es wird richtig geil nicht wahr ja wird richtig aber das wird schon alter wo bist du ja hier alter ich bin in so einer höhle koordinaten x 84 65 ich 204 erwarte ich kommen ich versuchte ich komme zu dir dass man dich auch mal sieht ja du machst hier nur so fortschritte nicht verkacken wieder alles ich kann dich hier wieder suchen und die eisenschwert ich kann uns schwerter machen sucht dich gerade warte was hast du gesagt du bist minus 84 was minus 84 84 62 207 207 ok ich komme schon kohle dabei bräuchte ich eigentlich mal also als weiter in diese richtung meine freunde jetzt bin ich ja mehr wow und mehr gekommen zu dem großen berg ja also ihr seht wird die erste aufnahme nur daraus bestehen dass wir uns wieder finden weil er muss ja vom baum runter schuppen musste ja nicht deshalb gestorben bin ich habe dich noch im flug getötet aber es 2 207 ja ich komme gleich ich bin gleich da halte ich habe bald ein bett was das ein bett cool noch nicht habe erst 2 noch mal ein scharf durch sollte er da bleiben gruppe ich habe ich habe kein leben mehr jetzt ja nicht sterben ich bin bei dir wieder so und das ist der wurst salat alias die schnur hui 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 hier bin ich hey hey hui halt pass auf ich habe nur noch ein herz oh ähm bei mir gut nein das mache ich denn was machst du hast du mir auch was ja warte ich mache uns gerade eisen oder erstmal essen halt hier steht nicht hast du mir auch machen machen wir mal eine axt bitte minister was vor large und man muss vor ort da liegt sie ja was ist denn da unten es soll vielleicht doch nicht so ins dunkle gehen wie kommst du hier wieder raus frank wirst du hier rausgekommen lass mal eine axt eine ding trocken ich habe schon eine axt getroppt ja ich bin hier unten hilf mir was soll ich mit trocken hier ich bin hier unten doch nicht der bleib warte ich stirb doch auch gleich und ich tue dir ein paar felsen trocken naja erwartet ja das kann ich auch machen so war schwer die axt hier ich hol es mal ein bisschen ab hier ne ja hammer derzeit erst mal was was ich los hallo rede redet das schon nicht mehr ich hab doch bestimmt kein bock mehr was ich rede doch oder nein du redest schon wirklich nicht ja hör doch auf was ich geb gleich schon wieder ich geb gleich jung mach ich dich am am in der kohlen mit meinem alten hör was ich bin schaufmucke also das wird auf jeden fall richtig geil das projekt wo wir hier machen wir bauen uns unsere kleine landschaft beziehungsweise unsere eigene kleine welt auf hallo frank frank oh je wo ist denn der jetzt ach ja ich bin die ganze zeit alter ja das mikrofon kommt bald ja eben man dann wird noch ein unboxing gemacht und stellt sich die scheißkarre ab äpfel so ich denke dann haben aber ich würde sagen wir gucken jetzt in den nächsten paar folgen suchen wir uns einen geeigneten platz raus oder wo wir leben dann ja oder würde ich jetzt sagen ja schon würde ich auch sagen soll ich mal alles mitnehmen hier ja kannst kannst du in der zeit haue ich hier noch bäume ab hast du mir ein schwert ach so warte dann weil das wäre ja vielleicht auch bisschen sinnvoll ja habe ich dir getroffen wo war hier merci jetzt habe ich den casting table hat der stadt hat alles alles kann man das nehmen ja ok und schlimmste aufnahme let's go ne würde ich sagen in welche richtung laufen wir äh was war es hier man sucht in der richtung aus ja lauf wild ich lauf den daher hier lang war war wie wie Bis zum nächsten Mal.